Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe und heute gibt es wir uns Radieschensalat. Ja, wir verabschieden uns jetzt so ein bisschen aus der warmen Jahreszeit nochmal mit einem Salatrezept, weil sie dafür braucht ihr die hier Radieschen, Schnittlauch oder Petersilie, Salz, Zucker, gehackte Zwiebeln, Wein, Essig, Salatblätter und ein bisschen Öl. Alle Rezeptangaben findet ihr aber auch wie immer nochmal auf unserem Blog www.erichserbe.de. Als erstes müssen wir die Radieschen natürlich ein bisschen klein schneiden, in kleine Scheiben, wie klein genau, das könnt ihr selber entscheiden. Dann mischen wir das Öl mit unseren Zwiebeln, die haben wir vorher natürlich schon geschält und klein gehackt, dann kommt auch unser Weinessig dazu und ein bisschen Zucker und Salz, je nach Geschmack, das müsst ihr dann einfach abschmecken. Das Ganze verrühren wir und geben es dann zu den Radieschen und heben das so ein bisschen unter. Ja, ist ein sehr einfaches Rezept, kommt aus dem Buch, der eine oder andere wird es vielleicht noch kennen, wir kochen gut vom Verlag für die Frau. Und dann könnt ihr das noch ein bisschen schön anrichten, mit einem Salatblatt zum Beispiel, haben wir hier gemacht und gebt einfach den Radieschensalat oben drauf. Ich würde auch empfehlen, dass ihr ihn noch mal ein bisschen durchziehen lasst, bevor ihr ihn serviert. Am Ende noch mal ein bisschen Petersilie oder eben Schnittlauch klein geschnitten oben drüber, damit es auch schön aussieht. Das war's schon wieder von uns, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns doch gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten habt ihr hier wieder wie immer zwei Rezeptvorschläge, alle Rezepteingaben dazu findet ihr wie auch zu diesem auf unserem Blog www.erichserbe.de. Da könnt ihr allgemein mal wieder vorbeischauen, denn es hat sich einiges getan für die, die es noch nie gemacht haben. Schaut mal vorbei, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.